willkommen zu einem neuen video wir werden endlich unser ttrs vollenden das auto war ja schon beim lackieren das werde ich euch zeigen auf jeden fall möchte ich jetzt einfach mal den unterschied selbst sehen und ich würde ihn euch auch zeigen ich nehme ja die ganze zeit auf mit einem iphone 11 pro mit einem iphone 11 pro solch hier habe ich jetzt extra ein 15 pro gekauft nur damit die videoqualität besser ist und ich hoffe dass sie auch besser sein sonst bin ich sehr enttäuscht deswegen wenn wir jetzt einmal switchen das video oder womit ich gerade spreche das ist iphone 11 pro und wir switchen jetzt direkt zum 15 pro und gucken uns den unterschied mal direkt live an schreibt man direkt unter was für einen unterschied ich jetzt habe ist das video jetzt viel viel besser wenn ja dann behalte ich das wenn ich dann muss das irgendwie wieder loswerden vertrag kündigen oder sonstiges funktionieren müssen nein kann ich einen vertrag kündigen handyvertrag 50 euro monat 55 naja ich zeige euch jetzt was wir hier lackiert haben bzw was lackiert wurde wir haben einmal hier alles an lackiert wo wir den teilersatz gemacht haben und einmal diese naht haben wir hier gelegt bzw der lackierung und ich muss sagen die sieht schon sehr sehr gut aus guckt euch die ich mal an und guckt euch die seitlich an wie ordentlich das gemacht wurde dass du nicht direkt siehst dass das auto mal was hatte dass sowas hier kostet aber auch ein bisschen zeit mehr das immer so zu machen das kannst du auch schnell hinschmieren sieht aber dann nicht so schön aus sondern haben wir einmal also da anders hier weil mich hier katze hatten da die mutterupe dagegen gedrückt hat und dann haben wir uns hier unten schon mit beschäftigt weil uns hier oben noch teile gefehlt haben für für ein kotflügel die halterung unter anderem geben wir mal das handy und zwar könnt ihr das hier sehen da haben wir einen riss im querträger dementsprechend haben wir uns überlegt wir machen einfach alles neu wir machen den dreieckslenker neu wir haben hier spurstange spurstangen kopf hier haben wir noch koppelstangen genau koppelstange haben wir noch neu das heißt wir können da unten einmal alles rundum neu machen damit das auto gleich hoffentlich gerade steht und geradeaus fährt ein und Untertitelung. BR 2018 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 Wir haben jetzt ein kleines Problem und zwar die Schraube kriegen wir hier nicht weg. Das heißt, wir müssen entweder die Achse herablassen, damit wir die Schraube hier drunter haben und die rausziehen können, oder wir müssen das Ganze hier wegdrücken. Damals bei dem Golf 7R haben wir das hier auch weggedrückt. Da gibt es so eine kleine Stütze, die musst du lösen. Dann kannst du das versetzen. Und zwar diese hier. Die haben wir auch schon gelöst. Das heißt, wir können das Ganze gerade einmal nach vorne schieben. In der Hoffnung, dass es wird reichen. Das Problem ist, die Schraube ist extrem lang. Müssen wir mal überlegen. So eine Schraube sitzt da drin und die musst du rausbekommen. Ich weiß nicht, ob es reichen wird. Ich vermute nicht. Aber ich hätte gesagt, wir testen jetzt einfach mal. Das ist ja verfickte Millimeter, Alter. Ich drehe dir komplett raus. Kotz mich so an, diese Scheiße, oder? Jetzt. Ja, Junge, Alter. Jesus Christus. Alter, halt fest. Ich muss die Nummer hier reinbringen. Wahnsinn. Wie ein Scheiß-Querlenker, Mann. Alter, fick dich doch. Jetzt sagt ich, das kriegen wir die da nicht rein. Jetzt. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Hast du die Klappe zugemacht? Bis zum nächsten Mal. 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 Der ist aber so leiser, Jungs. Also wirklich soundtechnisch muss man OPF einfach rausschmeißen oder irgendwas anderes kaufen, weil es ist schon traurig. Du gibst 100 Scheine Listenpreis für sowas aus und bekommst soundtechnisch sowas müdes, sag ich mal. So was, ja keine Ahnung, fühle ich gar nicht. Aber muss jeder für sich entscheiden, ne? Direkt eigentlich straight pipe drunter hauen und dann hört er sich an, wie der Graue da. vernünftig, wie ein 5 Zylinder sich anhören sollte. Naja, den haben wir zu Ende gebaut. Wir haben schon eine kleine Probefahrt gemacht mit dem Auto. Antriebswelle haben wir ja getauscht. Funktioniert sehr gut. Beim Lenken haben wir kein Knacksen mehr oder sonstiges, was davor war. Aber es ist noch so ein Gefühl, als ob DSG-Getriebe nicht richtig angelernt ist. Wir hatten ein-, zweimal so einen Hüpfer irgendwie, als wenn das Auto nicht richtig geschaltet hat. Kann sein, das Auto muss irgendwie nochmal eine Probefahrt, oder nicht Probefahrt, eine Anlernfahrt gemacht werden, damit das besser läuft. Ich kann mir nicht erklären, wieso, muss ich sagen. Weil eigentlich haben wir da nichts angepackt. Wir hatten das DSG aber gelöst gehabt, um das wegzudrücken für die Achse zum Herablassen und wegen der einen Arschlusschraube da. Ich glaube aber nicht, dass es damit zusammensetzt. Dann hatten wir noch eine Sache. Alex meinte, als ob die Achse vorne so ein bisschen am Schwimmen ist. Der hatte mal einen Porsche Cayenne, wo der Motor ausgebaut wurde wegen Steuerkette. Da wurde die Achse ebenfalls komplett herabgelassen. Die Schrauben wurden bei ihm damals nicht erneuert, die die Achse festhalten. Dementsprechend hatte der die schwammige Gefühl, weil das sind alles Einmalschrauben. Die haben wir hier ebenfalls nicht getauscht. Da sind noch die Originalen, weil ich hatte das nicht auf dem Schirm, Alex ebenfalls nicht. Deswegen haben wir die gelassen. Es besteht wirklich eine kleine prozentuale Chance, dass es deswegen ist. Ich kann es mir irgendwie nicht erklären oder ich glaube es nicht ganz so. Aber wir haben jetzt sieben neue bestellt. Nächste Woche werden wir die reinsetzen und gucken, ob das schwammige Gefühl immer noch beibleibt. Dann werden wir auch eine richtige Probefahrt machen. Das war jetzt einfach nur, wir sind drei Meter gefahren, um so ein bisschen zu testen für uns selber. Zu wissen, was wir da überhaupt gemacht haben, ob das funktioniert. Aber ich muss sagen, es funktioniert schon relativ gut. Und den Rest werden wir dann halt nächste Woche machen. Wenn dir das Video gefallen hat, Like, Comment, Abo dalassen. Und wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich erstmal mit dem hübschen Ding hier, wie wir den zu Ende bauen. Das wollte ich eigentlich diese Woche machen, aber ich brauchte diese Bühne. Und die hatte ich nicht frei, wegen dem guten Stückchen. Vielen Dank. енно? Vielen Dank.